Endlich. Zwei bis fünf Tage frei. Jetzt mit kurzurlaub.de Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich darf Sie und Euch begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Hansa-Heim-Spiel gegen den FC Karls. Das heißt Jena. Endstand 2 zu 1 für die Gäste. Wie immer hat bei uns der Gästetrainer das erste Wort. Und ja, den Gästetrainer bitte ich dann auch um das erste Wort und das Fazit zum Spiel. Vielen Dank. Ich glaube, unterm Strich haben wir hier nicht unverdient die drei Punkte mitgenommen. Aber ich möchte doch am Beginn des Spiels anfangen. Wir sind sehr, sehr gut reingekommen. Wir haben dann das Glück, dass die beiden Freunde, kann man schon auch so sagen, Starke und Wolfram zum wiederholten Male die Führung herausschießen, um dann aber auch nur fünf Minuten später schon wieder den Gegentreffer, den Ausgleich zu kassieren. Das passiert uns einfach zu häufig. Ich weiß nicht, ob es an der Jubelarie dann liegt, weil wir uns dann freuen nach fünf Minuten irgendwie, als ob wir das Spiel gewonnen hätten. Das habe ich auch kritisiert in der Halbzeit, dass wir da den Fokus einfach nicht aufrechterhalten können. Wobei man einschränkend noch erwähnen muss, wir waren zu dem Zeitpunkt eben zehn gegen elf und sind dann vielleicht nicht ganz so griffig auf den zweiten Ball nach dem Einwurf. Dann steht es 1-1 und ich glaube, Hansa war dann 30 Minuten absolut spielbestimmt. Der Plan mit und gegen den Ball ist nicht aufgegangen. Sie haben uns immer wieder unter Druck gesetzt. Wir hatten eigentlich nur die Lösung rückwärts zum Torhüter und langer Schlag. Das war dann zu dem Zeitpunkt auch zu wenig und haben uns erst fünf, sechs Minuten vor der Halbzeit dann ein wenig befreien können. Ballpassagen gehabt und haben in der Halbzeit dann uns vorgenommen, mutiger nach vorne zu verteidigen, den Gegner mehr unter Druck zu setzen. Ich glaube, aufgrund der zweiten Halbzeit, wo wir schon einige Konter dann auch gefahren haben, hätten wir durchaus früher in Führung gehen können. Schlussendlich freut es mich vor allem für Manni Starke, der in den vergangenen Wochen, ich kann es nur immer wieder erwähnen, völlig zu Unrecht dermaßen kritisiert worden ist. Und ich bin einfach froh, dass er bei uns im Team ist. Nach dem 2-1 hätten wir sicherlich das dritte nachlegen können, wenn nicht gar müssen. Und haben dann in den letzten zehn Minuten sicherlich nicht allzu schön für die Zuschauer, für uns sehr, sehr clever, dann diesen Vorsprung über die Zeit gerettet. Das gehört eben im Abstiegskampf auch dazu, dieses Führungstor, diesen 2-1-Vorsprung über die Zeit zu retten, haben wir clever gemacht. Und insofern Glückwunsch an die Mannschaft, vielen Dank an die Fans für die großartige Unterstützung. Es war eine tolle Stimmung hier in Rostock. Jens, dir und deiner Truppe, deiner Mannschaft, alles, alles Gute für den restlichen Saisonverlauf und natürlich auch für die kommende Saison. Vielen Dank. Vielen Dank, Lukas Körsenjog. Und damit übergeben wir gleich das Wort an unseren Cheftrainer Jens Hertel. Dein Fazit, bitte. Ja, also ich kann schon in großen Teilen davon mitgehen. Ich muss sagen, es war die schlechteste zweite Halbzeit, die wir hier überhaupt gespielt haben in der Zeit, seit ich hier bin. Und damit geht auch jener hier völlig verdient aufgrund der zweiten Halbzeit als Sieger vom Platz, weil wir damals dann einfach nicht verdient, weil wir dann viele Sachen, die wichtig sind in dieser Liga, nicht auf den Platz gebracht haben. Wir sind schlecht reingekommen, wie so oft, haben Probleme, sag ich mal, diesen langen Ball zu verteidigen. Und dann ging es mal schnell, da liegst du 1-0 hinten, sind die Jungs dann aber gut zurückgekommen, haben dann eigentlich das Spiel im Griff. Und das ist dann, was mich in der Halbzeit dann auch schon, was mich ärgert, ist dann so ein bisschen die Schlampigkeit in den letzten Aktionen. Da wird dann mit dem Außenriss gespielt, da wird nochmal kompliziert gespielt, statt dann schneller, schnörkelloser, geradliniger, auch die Abschlüsse zu suchen. Da haben wir es zu kompliziert gemacht, darum geht es dann halt bloß mit dem Unschieden in die Pause, weil wenn wir es ein bisschen zielstrebiger gemacht hätten, hätten wir da auch in der ersten Halbzeit noch das Tor nachlegen können. In der zweiten Halbzeit hat man dann schon gesehen, dass jener uns ein bisschen früher attackiert. Wir hatten nicht mehr so diese Ruhe und diese Ruhephasen im Ballbesitz, die wir in der ersten Halbzeit hatten. Und dann war es natürlich schwer, dann haben wir vorne die Bälle nicht festgemacht, sind direkt wieder zurückgeflogen. Und dann war das Spiel dann natürlich so ein Hin-und-Herspiel, wo du dann immer wieder auch in unnötige Umschaltsituationen reingelaufen bist und am Ende dann eben auch aus so einer Situation das Gegentor kriegst. Und danach haben wir, wie gesagt, da irgendwo hat man dann gesehen, dass die Mannschaft heute auch nicht mehr so frisch wirkte, um da nochmal zurückzukommen, was uns in den letzten Wochen eigentlich oft gelungen ist, dass wir halt dann Spiele immer nochmal gedreht haben. Dazu waren wir heute, warum auch immer, nicht in der Lage, das gilt es jetzt abzuhaken. Wir werden es morgen sicherlich nochmal auch kritisch mit der Mannschaft auswerten, aber dann gilt es nach vorne zu schauen auf das Landespokalspiel am Mittwoch in Schwerin. Da geht es um viel auch für den Verein und da werden wir auch wieder ein anderes Gesicht zeigen als heute in der zweiten Halbzeit. Und dasselbe erhoffen wir uns natürlich dann in Kaiserslautern am Sonntag, dass wir da einfach das so ein Stückchen abstellen, was uns heute dann so in der zweiten Halbzeit begleitet hat. Danke. Dankeschön, Jens. Sollten Sie Fragen an die Trainer haben, genügt wie immer ein kurzes Handzeichen, dann sind wir da mit dem Mikro. Das ist nicht der Fall, dann wünsche ich allen ein schönes Wochenende und den Gästen natürlich alles Gute noch für die Saison und eine gute Heimfahrt.